So, heyho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Vize Beast Infinity Wolf Skyblock Wir stehen hier gerade vor unserem Kistenlager und unser Kistenlager ist nicht mehr richtig Es ist jetzt kein Kistenlager mehr, sondern Ich drücke jetzt F5 Es ist ein Drawer-Lager Ja, ich habe auch ein bisschen gebaut Ich glaube, die haben wieder Aufnahmen sogar gebastelt, die Compacting Draws So sehen die fertig aus Und so sehen sie aus, wenn sie halt aufgebaut sind Und übrigens, was ich gesehen habe Da oben, ne, hier die, äh Man kann Broken Oars ohne Strom, ohne Crafting, ohne sonst irgendwas Einfach, ganz einfach in die Gravel Oars machen Und wahrscheinlich auch mit Quashtor zu Send und Dustpiles zu Dustblöcken Das geht ultra easy, das ist voll nice Auf jeden Fall, ähm, und hier Emerald Fragments und so Hier Lapis Fragment, Lapis Shard Alles easy, alles nice Ja, und ihr habt es auch sicherlich schon gesehen Beziehungsweise, ich habe hier noch ein bisschen was Und hier Door-Controller Ich habe hier schon in der letzten Ich habe hier schon in der letzten Folge vorbereitet Ich hoffe, wir haben uns das hier weg Übrigens, unsere Erzkiste sitzt sehr schön leer Auf jeden Fall, das finde ich sehr, sehr schön So, ich gucke jetzt mal ganz kurz hinter die Kulissen So sieht's aus Das ist die Technik behind this So, auf jeden Fall, ähm, ihr wisst ja Wir haben hier so ein Teil gebaut Was halt automatisch, äh, hämmert Hier habe ich mir ein bisschen so ein Speed-Upgrade reingemacht Damit ich immer Ach ja, übrigens Was ich zeigen wollte Übrigens, ich habe hier mal die, ähm, Smelty-Vidon 2 gehört Und hier eine Leiter gemacht, voll geil Und, wir haben, ihr hört es schon Wir haben Zwei Kühe und zwei Schafe Die sind hier gespawned, voll geil Damit haben wir jetzt Kühe und Schafe Und den Zugang zu Schleimblöcken Wegen der Kuh Und hier habe ich so einen kleinen, äh, so einen kleinen Off-Screen-Raum Ähm, hier so einen kleinen, ähm, Safe-Room gebaut Für den Cobblestone Wenn ich nicht abbauen will, nur sehr gut Den Cobblestone-Gentraut davon Guck doch mal diese geilen Gates an Die sind voll geil aus, ne? Einmal mit Cobblestone-Blöcken gemacht Ich finde diese Gates voll geil Naja, auf jeden Fall, ähm, ja So, hier wird der Cobblestone genommen Ähm, wir haben ja so einen kleinen, ähm, kleinen Service-Tonel gemacht Da kann ich euch noch mal zeigen Alles von Anfang an So Cobblestone Wird hier abgebaut Und über diese Node Beziehungsweise der wird einen weiter oben abgebaut Also der Slab Wird abgebaut Und hier in dieses Barrel transportiert Wir schwimmen ganz kurz hier hoch Geht schneller, glaube ich Also, es geht schneller Schneller Es geht schneller, glaube ich, nicht So, auf jeden Fall Dann wird es halt, ähm, hier in dieses Barrel gepackt Von diesem Barrel Wird es, beziehungsweise diese Node Die es abbaut Transportiert es auch hier in den Hammer Packt hier den Cobblestone rein Dieser Cobblestone wird hier mit Strom durchgehämmert Zu Gravel Dieser Gravel wird hier genommen Und in dieses Automatic Sift gelegt Und hier wird es Äh, in seine Einzelsteile Äh, in seine Einzelteile zerlegt Gesiebt Das wird dann hier mit dieser Node Ähm, in diese Kiste gelegt In dieser Kiste ist also alles drin, was wir hier Durch sieben kriegen So, und bisher Beziehungsweise Dann habe ich hier gesagt Alle Broken Ores Bis auf Hierlorium Weil das kriegt eine Extrabehandlung Der hat hier den Autocompressor gelegt Und die werden automatisch Wenn vier von irgendwas da sind Automatisch zu Gravelblöcken komprimiert So Naja Auf jeden Fall So weit sind wir bisher gekommen Jetzt habe ich Offscreen ein bisschen rumgebastelt Und da ist mir dann diese Struktur hier angefallen Naja Ähm, so Von dieser Kiste Die, ähm Ich übrigens, ich habe das alles mit Item Ducts gemacht Weil das erstens günstiger ist Und zweitens einfacher Als mit den Nodes Weil die sind sehr schön teuer Sehr, sehr teuer So, hier Alle sämtliche Broken Ores Werden von dieser Kiste In den, ähm Automatic Camera gezogen Der aus dem Org Gravel Crushed Äh, Crushed Ores Erstellt Also einmal durchhämmert halt Diese Crushed Ores Werden, ähm In diesen Autokompressor gelegt Und dann von den Crushed Ores Wenn vier da sind Zu, ähm Oresand verarbeitet Oder komprimiert Diese Oresands Werden dann hier in Diesen Automatic Camera gelegt Äh, äh Transportiert Der aus diesen Oresands Ähm Kleine Dusthäufchen hämmert Diese Dusthäufchen Werden hier in diesen Warum hat jetzt die O2 mal geklingelt? Ich weiß es nicht Wird dann hier in den Autokompressor gelegt Ähm Die Oresands werden zu Oresblöcken Also Oresast Wird zu Oresast Block Gemacht Komprimiert Und das kommt dann hier durch Dieses Rohr Aber wofür dieses Rohr hin? Nicht nach da oben In das In diesen Cobblestone Aber was soll Was macht dieser Cobblestone? Er steht für den Pulverizer Der Pulverizer Äh Pulverisiert die Dustblöcke Zu Pulverized Metal Ich weiß nicht wie das funktionieren soll Der pulverisiert Staub Zu Staub Äh Ich weiß auch nicht Also Sozusagen Der macht das rückgängig Was der gemacht hat Im Prinzip Ne Also so kann ich auf jeden Fall Diese Erze die ich dann noch kriege Nochmal verdoppeln Also sonst würde ich den da hinten In die Smeltree hauen Diese Pulverized Metals Die werden Automat in diese Kiste ausgebilden Warum in diese Kiste? Weil es einfach Ich glaube Dass es die einzige Möglichkeit ist Es weiterhin mit dem Beziehungsweise weiter Mit dem IC2 Furnace zu machen Also mit dem Electric Furnace Von Industrial Golf 2 Der macht nämlich Der schmilzt das pulverisierte Metall In fertige Erze um Und die fertigen Erze Werden dann hier in diese Kiste gegeben Und Und einmal da hinten In den Äh Ähm Compact Äh in den Door Controller gebracht Ja Das einzige was noch fehlt Sind diese beiden Blöcke Und zwei weitere Upgrades Ja aber bevor wir das mal machen Geh ich schlafen Www Ich hab noch Caps an Ups So Wir gucken mal in die So unsere Projektkiste Übrigens Das Die sind beide gleich Ne Ja Projektkiste Hier hat's ja auch ein bisschen was angesammelt Ratet mal Was das hier ist Ich hab schon alles vorbereitet Also easy Das ist der Ähm Dual Controller Den haben wir ja schon in der letzten Folge vorbereitet Da hat uns ja glaube ich nur noch das Redstone gefehlt Aber was ist das Und was ist das Ja gut Ähm Ich kann ja schon mal die 6 Ähm Waterwheels anbringen Und ich hol mal ganz kurz Ich hab ein paar Eimer gecraftet Äh So Drei Eimer So Drei Eimer Und 6 Waterwheels Wir gehen mal ganz kurz nach hier oben Ich hab hier ein bisschen Klopso erweitert Übrigens so nenne ich den hier Ne Klopso So heißt er jetzt So Bam Bam Und bam Wie eh und je Die fetten Waterwheels Übrigens Ich brauch noch Qualky Glass Weck mich also auf Ähm Ganz schön Cleares Glas Hab ich das noch irgendwo Da Sehr gut Ähm Reichen überhaupt 43 Müsste glaube ich Oder Ich glaub Ne Ne Das recht glaube ich nicht Kann das sein 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 Da lass ich erstmal noch 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 Blöcke lang Ich brauch noch 7 Ich brauch noch 7 Ich brauch noch 7 Quartier Glass Äh 7 Nur für die Trennwand Damit hier nicht das Wasser durch die Gegend läuft Quartier Glass 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 und 9 Ich hab noch 3 übrig Warum 3 3 Ah ok Ja gut Ich hab noch 3 3 Ah toll Egal so wir haben jetzt noch 3 übrig 1 kann ich wieder zurück schüsseln Ist doch easy Ok dann haben wir jetzt hier eine geile Trennwand die man nicht sieht Ähm Wir müssen jetzt nach oben kommen Nach oben 2 von den Leitern 1 kann ich hier gleich mal wieder zurück schüsseln Directly Das ist der Cutter Wire Äh Cutter Wire was? Wire Cutter So rum Irgendwie Na So ok Ähm 1 2 Ja ey klop so grande So ok 1 2 Und wir können nach oben Yay So Da können wir Nach unten Denn ich hab hier 2 Glas vergessen zu platzieren So Die machen wir hier das Fenster Ok dann können wir jetzt nach oben Stimmt wir brauchen noch ein bisschen mehr Äh äh Glas Für die äh Absperrung sozusagen Damit das Wasser nicht überall hin fließt Autsch Komme ich da überhaupt durch Nein Ich bin fast tot Scheiße Ich werde vielleicht mal was essen 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 So Ähm Ähm Cobblestone Schlipfstone So Und ein Glas Und das Und das Beziehungsweise ich brauche 12 Das war jetzt zufällig Oder? So Genau 12 brauche ich Ähm 14 12 So Gerne So Ok dann Das kommt weg Das kommt her Dann einmal ganz kurz F7 drücken Weil ich das immer aktiviert haben will Damit ich genau weiß Wo etwas spawnen kann Ok dann Ähm Ja genau Dann gehts nach oben wieder Hier Und dann jetzt ähm Drei Wasser Und dann haben wir eine Weitere Energie Ah Alter Habe ich gefriert Er sieht nicht geil aus Kommt los dreh dich Dreh dich Junge Dreh dich Da es dreht sich Nice Boah voll geil Ich liebe dieses Wasserrad von irgendwas auf Engineering So Ne Na toll Ein Ein Skid schon zu viel gemacht Aber hey So Dann ähm Hier ist die Trennwand schon fertig Wir brauchen keine Trennwand mehr Wir müssen jetzt einfach nur Hier die drei Uh Die drei Dinger hier setzen Und hier einfach nur noch zumachen Ja Aus So Das kommt weg und das kommt weg Eins Zwei Drei Und Wir haben eine neue Größere Stromproduktion Wir haben die gerade Also wir werden die gleich Wir haben die gleich Verdoppelt Unsere Stromproduktion Einfach mal verdoppelt Ähm Ich mach so Eins Zwei Drei Unsere Stromproduktion Ist jetzt Offiziell verdoppelt Geil Jungs werde ich davon vielleicht als Thumbnail nehmen oder so Okay Ich glaub die drehen sich ein bisschen langsamer als die Die drehen sich langsamer Warum? Warum? Weil ich da oben noch keinen Strom habe Also keinen Strom angeschlossen habe Also es gibt Schiss Ähm Achja, Kopf ist jetzt hier Ähm Acht Nein So Ein Körper zu viel, aber hey Bam Das Körper kann wieder weg Und dann Schließe ich die gerade mal ganz kurz an Wie soll ich denn das machen? Ach du Scheiße Ähm Das sie die vielleicht zuerst machen sollen Aber hey Wir haben ja die guten Cobbles schon Cobbles schon Cobbles schon Bam Bam Und Warte Jetzt Die Stromproduktion ein bisschen erweitert Aber nur ein bisschen So So Jetzt nochmal auf der anderen Seite sich hoch Stack Da war ja noch was Muss immer hier außen rum Wegen dem Kacktuppen 1 2 3 4 Reicht es schon? Nein Ja Nein Ja So Linking Linking Und Wir produzieren jetzt Ganz gut Strom Würde ich mal so sagen Ich darf doch nicht auf den Rocker schon drauf kommen Weil sonst bin ich Töd Död Död Die drehen sich aber sehr sehr langsam habe ich das Gefühl Warum? Warum drehen die sich so langsam? Auf jeden Fall langsamer als die Will die höher stehen? Kann ich sagen, oder? Keine Frage warum die sich so langsam drehen Naja egal Wir brauchen jetzt Das hier Übrigens diese Das sind Extended Woodposts Das sind sozusagen Diese Beine von diesen Woodposts hier Die kraften man ganz easy mit einem Holz Das ist die Woodfence und ein Stormback Also alles easy Dann gehe ich ganz nochmal nochmal nach oben nochmal nach oben nochmal nach oben Warte mal drehen die sich so Die drehen sich ganz schön langsam Ich glaube die drehen sich langsam, oder? Ja der dreht sich ungefähr halb so schnell Aber auf jeden Fall hier und hier kommt jetzt Nee nee warte mal Nicht ganz Aus irgendeinem Grund baut man die mit der Axt ab Weiß nicht wieso So Okay Für jeden habe ich ein Stack 24 von den Treated Woodfences mitgebracht Ich bräuchte vielleicht nochmal Ich bräuchte vielleicht nochmal Wow So Das hätte ganz gut ins Auge gehen können Äh ok So übrigens Ok ich habe alles dabei Sehr gut Denn wenn ich einmal runterfalle bin ich Töte Ich brauche Cobblestone Wow So Obwohl nach 24 bin ich Blöcken bin ich auch tot Ich brauche ein bisschen mehr So Ich habe nochmal drauf gehauen Easy Ok Ähm dann Ab nach oben Wir müssen pennern Alter Was kann denn noch dazwischen kommen? Huch Ich sehe gerade irgendwie gar nichts Was? Warum drehen die sich so langsam? Frage ich mich Das Wasser Das Wasser fließt ja irgendwie anders Das Wasser fließt anders Oder? Das Wasser müsste eigentlich anders fließen glaube ich Oder? Weil hier kommt es nämlich ganz ans Ende Und da nicht Warum? Müsste das nicht alles gleich sein eigentlich? Das ist da äh So verwirrend da irgendwie links Mh Das ist da äh So verwirrend da irgendwie links Mh Mh Warum fließt das nicht? Ich muss mich vielleicht mal irgendwo anders drum kümmern Aber irgendwie fließt das ein Block weiter Beziehungsweise überhaupt allgemein weiter Na egal Das müssen wir irgendwo anders mal machen Ich stecke mich jetzt erstmal hoch Denn hier kommen nämlich die Windräder hin Denn hier kommen nämlich die Windräder hin Das werde ich sicherlich in einem Zeitrafe machen Also bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal BAM Wir haben es geschafft Wir sind oben angekommen Und das sieht gerade original so aus Als würde ich jetzt synchronisieren wollen Ich habe Angst das Schiff loszulassen So Screenshot erstmal Erstmal screenshotten So Alter wie klein unsere Insel da aussieht Das ist voll süß So warte Und jetzt E drücken Zum synchronisieren So Erstmal schön synchronisiert Ähm sorry Also ich glaube wir werden ganz gut Energie kriegen hier Ja Ich muss mich hier einmal ganz kurz rumbauen Ich habe Angst Ich habe Angst BAM Ich glaube wir werden ein wenig Energie zusammenkriegen hier Okay Ein Windrad Warte das muss ich anders machen So Und jetzt White Mill for the land Ja das Land Das ist so ein Kilometer weit unten Und das dreht sich jetzt ganz gut glaube ich ne So Wir haben was vergessen Nein Scheiße Wir haben etwas vergessen Leute Erstmal Ich hätte mal abzählen sollen wie viel Dann hätte ich nämlich direkt hier Mal was bauen können Aber ja wir generieren hier gerade Zehn Milliarden RF Strom Weil wir hier irgendwie Ich will ja gerade mal ganz kurz was schauen Weiß ich Ich kann nicht mal zählen Auf welcher Höhe sind wir jetzt eigentlich Höhe 198 90 Ja gut Da können wir glaube ich noch ein bisschen springen Ja gut Ich dachte gerade schon wir kommen irgendwann Wie niedrig sind denn hier wird schon die Wolken Ich dachte gerade schon wir stoßen hier irgendwann Ich dachte wir stoßen hier irgendwann schon irgendwie an der Weltgrenze auf hier An Aber nö Weltgrenze ist noch 10.000 Kilometer entfernt Und ich hoffe wir die Spitzsacke macht mit Ich will unbedingt wissen wie das von unten aussieht Alter das muss so episch und scheiße aussieht Aber so ein 10.000 Also so ein 10.000 Kilometer Hoher Holz Der irgendwie so ein Zentimeter dünn ist Die einfach so 3.000 Kilometer In den Himmel ragt Ja Okay da müssen wir jetzt irgendwie so 3 Millionen RF zusammen kriegen Aber ich glaube da gibt es eine Cap oder so Eine Cap Das kann jetzt glaube ich echt so ein bisschen dauern Der Hund so zu graben Übrigens ich weiß die Folge ist schon vorbei Leider leider Ich weiß nicht ich ehrlich gesagt ich will das noch in der nächsten Folge Äh in dieser Folge noch machen Den nächsten Man sieht Nicht mal das Wind Man sieht nicht mal das Windrad von hier Schade ehrlich gesagt Das ist schon schade ehrlich gesagt So ich brauche zwei Zwei von denen hier und zwei Stöpsel Ich glaube ich habe keine Stöpsel mehr Also keine Connector Connector ne Connector habe ich nicht mehr Wie macht man diese Connector Ähm Connector Low Voltage Drei Copper und vier Clay Ich weiß ich bin schon mega überlängen und so Aber heute gibt es da mal eine etwas längere Folge Da freut ihr euch doch auch drüber Oder? Oder? So warte Äh Hammer Da so Einmal den Compressed Hammer Äh Compressed Gravel Hier zerhauen Noch einmal Beziehungsweise Ne warte doch Ne doch So Ein Sand wird zu Das So jetzt können wir den Hammer weglegen Denn ich brauche nämlich nur vier Ultralag Ja ich glaube Ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube ich sollte eine Aufnahmepause machen Minecraft 1.7.10 Keine Rückmeldung mehr Ich glaube das ist ein klares Signal Aber warum leckt denn das so? Was passiert dir? Die Generatoren oder? Im Moment passiert dir eigentlich gerade gar nichts Also in Sachen automatischer Autonome Sachen Gibt es eigentlich nichts außer die Äh die Gravel Farm Und die Generatoren die gerade laufen Und die äh Wind äh zur Wasserräder Ja gut ich bin mir sicher Aber ich glaube ich sollte eine Aufnahmepause jetzt machen Ach manno Ich hätte das gerne auch in dieser Folge hingekriegt Ja weißt was Ihr kriegt das nochmal schnell in der Folge hin Weißt du was? Scheiß drauf Niemand kann es mir Fähre bieten So Electric Furnace Solange können wir nochmal ganz schnell Das lagts schon so ein bisschen Ja ich sollte vielleicht mal meinen PC neu starten allgemein Das sollte ich vielleicht auch mal machen Habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht Ne ich weiß nicht seit wann irgendwie Ich glaube auf jeden Fall seit Monaten Sollte ich vielleicht mal machen Das ist nämlich kein 24-7 Dauer PC So Bam Jetzt die Connector craften Bam Bam Aber ich nehme nur das Nötigste mit Und deswegen lass ich mal 4 äh 6 zu Hause So Beziehungs ich sollte vielleicht mal ein paar mehr Wire holen Und ich glaube Und ich glaube Wohl 3 Ich werde auf jeden Fall, ich glaube nicht alles hinkriegen Ne ich schau mal wo die Grenze ist Wo man das Windrad sieht Und da brauche ich es dann hin Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen kurzer Ich glaube das Ich bin mir sicher dass es eine Cap gibt Ich schau jetzt mal ganz kurz Nein Ich bin mir sicher Es wird schneller Construction Power Breaker Switches Okay Power Generation Kinetic Dynamo Windmill The Windmill is a free and easy way to generating power Ehm Not a very powerful one It depends greatly on how high the player is in the world Obscured And this bay is in front of it It will also run faster when it's raining or storming Okay Ehm Das sind die Wasserräder ist klar Improved Windbuilds Okay Da steht nichts von der Cap Es steht einfach nur je höher desto mehr Strom produzierst Im Moment müsstest du jetzt 10.000 Millionen RF produzieren So hoch wie es ist Aber darauf werde ich mich nicht verlassen Ich mache dann doch mal eine Aufnahmepause Und sage Ciao Warte mal Ja gut schade Ich dachte da würde ein bisschen länger pennen Ding Dong Und sage Ciao Leute wir sehen uns Bye Bye und Tschüss 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 Tschüss